Musik In der Früh im Bett Wir haben so ein Stehpult zu Hause, auf dem die ganzen Handys rumliegen und über Nacht laden und weil ich die Handys nicht ins obere Stockwerk mitnehmen will, warten die dort und das ist einer der ersten Gänge zu diesem Stehpult Zu Hause beim Frühstück Im Bett Am Frühstückstisch auf dem Handy Kasinos Austria haben sich hervorragend geschlagen Naja, insgesamt gilt ja unter Journalistenschülern als eine der erfolgreichsten oder prototypischsten Bildschlagzeilen dass Inge Meisel war das damals, längst verblichen, Inge Meisel von einem deutschen Schäferhund wachgeleckt wurde Das hätte ein bisschen Erotik und alles Sonderbare, auch Trintiere sind auch dabei Wenn der Horizont sich darauf einlassen will, die gäbe es im Angebot Allen Medien geht es Blenden und der Wiener Zeitung ganz besonders E-Privacy-Verordnung kommt zu einem wirtschaftsfreundlichen Kompromiss Lösung gefunden Wenn es eine Fußballmannschaft wäre, dann würde sie aus vielen, vielen Palästerern, wie man so schon sagt, das ist der Ding bestehen, die alle ein gewisses Eigenleben haben, von hoher technischer Qualität sind Bayern München, weil wir einfach den Erfolg gepachtet haben Als Vorarlberger wäre man jetzt geneigt, Alltag zu sagen, aber als Alltag würde ich mich zweifelsfrei nicht wohlfühlen Also wir konzentrieren uns dort, in dem kleinen Bereich, wo wir trainieren, uns so wie der FC Bayern München zu fühlen Ich kenne mich mit Fußball nicht aus Wir werden die Beste Es karabiert was sonst, es gibt nichts anderes Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung Ich kenne mich mit Fußball nicht auf die Bedeutung